Herzlich willkommen zu einer kurzen Meditation, die dir dabei hilft, Ängste loszulassen und dich wieder komplett in den Moment ins Hier und Jetzt bringt. Finde für die Meditation einen bequemen Sitz. Und wenn du deinen bequemen Sitz gefunden hast, dann schließe deine Augen. Und von hier atme einmal tief ein und roll die Schultern über vorne hoch zu den Ohren und ausatmen, über hinten ablegen. Und dann bring deine Aufmerksamkeit von hier jetzt ganz bewusst zu deinem Atem. Nimm wahr, wie du einatmest und wieder ausatmest. Und in dem Moment, wo du jetzt deinen Atem ganz bewusst beobachtest, nutze das, um deine Aufmerksamkeit weg von deinem Kopf, deinen Gedanken, dem Gedankenkreisen hin zu deinem Körper zu bringen. Nimm deinen Körper jetzt ganz ohne Wertung wahr und sieh ihn durch die Augen der Liebe und des Mitgefühls. Wenn du tief einatmest, dann im Vavi, der Brustkorb sich hebt und ausdehnt und sich beim Ausatmen wieder senkt. Wenn du möchtest, kannst du deine rechte Hand auf deinen Brustkorb legen und die linke Hand auf deinen Bauch. Und durch die Berührung spüre deinen Körper jetzt einmal ganz bewusst. Nimm auch hier wahr, wie der Atem die Bewegung von deinem Körper verändert. Das heißt, beim Einatmen hebt sich die Bauchdecke, dein Brustkorb. Beim Ausatmen zieht sich alles langsam wieder nach innen. Nimm deinen Körper, halte deinen Körper ganz liebevoll und voller Mitgefühl. Mitgefühl dir selbst und auch deinen Gefühlen gegenüber. Du kannst deine Gefühle, deine innere Welt zu jedem Zeitpunkt ändern. Sei dir gewiss, dass du größer bist als deine Angst, dein Stress und deine Selbstzweifel. Wenn du jetzt hier deinen Körper durch deine Hände hältst, fühl dich in deinem Körper in dir mit dir selbst sicher. Vertraue darauf, dass du gerade genau da bist, wo du auch richtig bist, wo du sein sollst. Und alles, was dir das Leben bringt, irgendwo auch handeln kannst. Denn vielleicht hat das Leben sogar mehr Vertrauen in dich, als du in das Leben. Du bist stärker, als du denkst. Dann stell dir jetzt einmal die größte, höchste Version deiner Selbst vor. Und geh ganz bewusst in dieses Gefühl rein, wie sich diese Person jetzt anfühlt. Und lade diese Energie ein. Wenn du jetzt tief einatmest, dann atme die Energie von der höchsten Version deiner Selbst ein. Und wenn du jetzt tief ausatmest, dann lass alles los, was dieser höchsten Version deiner Selbst nicht mehr dient. Und sei dir hier auch ganz bewusst, dass du diese Energie von dieser großen, wundervollen Version deiner Selbst jederzeit zu dir einladen kannst. Hab Vertrauen, dass diese Version existiert. Atme nochmal tief ein und wieder aus. Und wenn du soweit bist, dann öffne ganz langsam wieder deine Augen. Vielen Dank, dass du bei der Meditation mitgemacht hast, sie dir selbst geschenkt hast. Du kannst sie jederzeit wiederholen, nochmal machen. Und ich würde sagen, dann bis zum nächsten Mal. Und ich würde sagen, dann bis zum nächsten Mal. Und ich würde sagen, dann bis zum nächsten Mal.